Kapitel 6 Ach, kleiner Prinz, erst nach und nach habe ich dein melancholisches kleines Leben verstanden. Lange Zeit war deine einzige Zerstreuung die Schönheit der Sonnenuntergänge. Dieses neue Detail erfuhr ich am Morgen des vierten Tages, als du zu mir sagtest, Ich mag Sonnenuntergänge sehr. Komm, lass uns einen Sonnenuntergang beobachten. Da müssen wir noch warten. Worauf warten? Warten, dass die Sonne untergeht. Zuerst hast du sehr verdutzt reingeschaut und dann hast du über dich selbst gelacht. Und du hast gesagt, ich glaube immer, ich sei bei mir zu Hause. Ja, sicher. Wenn in den Vereinigten Staaten Mittag ist, geht die Sonne, wie jeder weiß, in Frankreich unter. Man müsste es nur innerhalb einer Minute nach Frankreich schaffen, um den Sonnenuntergang zu erleben. Leider ist Frankreich viel zu weit entfernt. Auf deinem so kleinen Planeten jedoch musstest du bloß deinen Stuhl ein paar Schritte verrücken. Und du konntest die Abenddämmerung bewundern, so oft du wolltest. Einmal habe ich vierundvierzig Sonnenuntergänge hintereinander gesehen. Und gleich darauf fügtest du hinzu, Weißt du, wenn man sehr traurig ist, liebt man Sonnenuntergänge. An dem Tag mit den vierundvierzig Sonnenuntergängen warst du also sehr traurig, aber der kleine Prinz gab keine Antwort. An dem Tag mit den vierundvierzig Sonnenuntergängen warst du also sehr traurig. Lesens der Stuhl